Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Dann drück nicht L. Dann schädigst du von L drücken. Nein. Du sollst L drücken, wenn du einen Angriff starten willst. Er hat aber gerade gesagt nein. Na ja, wir werden sehen, ob es jetzt wieder nicht geht oder schon geht. Drück oder mal nicht? Greif den Feind an! Ach, ich muss ihm sagen. Wir sollen den Feind angreifen. So schaut's aus. Und schau die hinteren zwei laufen immer. Versteckt durchs Gestrüpp. Und töten meine Feinde. Nein. Gottverdammte Hunde. Da hinten. Da vorne meinst du? Lasst keinen zu uns durch! Schau. Einen Hund haben sie auch umbracht. Ja. Da vorne meinst du? Nein. Ja. Da vorne. Die sind vorher so durchgelaufen. Du hast nicht hingeschaut wahrscheinlich. Ja. Aber vorne und nicht hinten. Nein. Wow. Du hast die Schleife gesetzt. Das sind vier. Die Schleife satten. Ja. Ah, schlottan. Und du? Noch ein eine, die guckst du mit! Ich nehme dich an. Ich nehme dich an. Schleife. Du bist не weg. alles frei das aber nichts setzt aufregend da irgendwie halt guten abend nennt euer anliegen lieferung für cyrus ein dann siehst du ich befreie dich wie es versprochen habe wenn ich dir vielleicht erklären durfte lasst sie gehen sie wird uns verraten nein wird sie nicht wie lautet der plan befreit die unbemerkte gefangenen er stirbt das höre ich natürlich gern weil dann kann ich morden nicht die gefangenen wer sind haltung annehmen ich sagte halt nicht annehmen dann kommt stirbt ja genau was ist jetzt sehen beschloss hat er mit der hand auf boxt boxt sie einfach auf das schloss oh oh ja das heisst das questgebiet ist da ja das was soll ich machen dass mich das arschloch noch sehen muss alles noch einmal was mache ich das am schiff zuerst ich sehe es Nix ist. Tut dich halt am Schiff alle ungesehen. Zumindest versuche ich es halt. Was ist jetzt? Ich habe ja gar nichts gemacht. Vorbeigelaufen bist. Na gut. Wie du willst. Ich will was jetzt gescheit. Ah, er hat noch mal aufgeklänt habe ich nicht. Wen haben wir denn hier? Wovon redet ihr denn? Die Gewaltung anliegt. Niemandenfalls auch. Dass ich die Geiseln befreie. Mach dir nichts. Mach dir nix. Oh, du hast es gesehen. Einfach zappzarrab. Fünf Finger rabatt Leben gestohlen. Und jetzt kommt das scheiß Schiff. Wenn er noch lange gestanden ist. Hm. Der ist einfach nur schwindelig geworden. Und dann war es das. Hm. Oh, mir sticht den Bauch. Platsch. Ich weiß nicht warum ich die. Schau, schau, schau. Wie oft ich drücken muss, dass da was passiert. Und jetzt? Eine einzige Stunde Ruhe. Mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung. Und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Ja, das will ich sehen. Ja, das will ich sehen. Schließt das vor! Tötet jeden, der flüchten will! Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem! Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot! War das deutlich? Was soll ich da machen? Meine Gnade! Eine Gnade! Eine Gnade! Oh ich glaube das habe ich nicht gewusst, dass ich da optionale Ziele auch habe. stirb killkopf rausgerissen das ist das beste das brotten zu bieten hat ich erledige das wo bist du ausgebildet wo bist du überhaupt ausgebildet greifen die ob da an oder wollen die einfach nur haben die keine Lust aufs leben mehr weißt du also ich muss drüber laufen weg ist er aber ich glaube ihr beiden kennt euch recht gut ich versprach es dir sei es und ich werde es einhalten ja das war's und was nun wir warten wir schauen ein bisschen aus wie der Kapten Hook der linke mit Gelbsucht wenn er Gelbbaum hat naja die Mission war nicht so besonders erfolgreich aber macht nichts interessiert mich nicht ich brauche ja nicht den 100% perfekten das war's das war's das war's das war's ja das war's durch die Stadt und die angrenzenden Wälder er hofft dass er auf einen der geretteten trifft es war eine frau bei ihnen in jener Nacht sie hat die anderen in Sicherheit gebracht wenn wir sie fänden bekäme ich meine antworten ich kann nur abwarten und hoffen dass meine wahre Mission bald beginnen wird und dann geht es hoffen du das ist das ist du mit mit du w du Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Charles, ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Mich denn aber noch immer interessieren, was da hinten ist. Kann ich das Viech umbringen? Das Viech? Ja, die Katze. Kein Viech. Nein, man kann da nicht rein. Noch nicht, aber ich werde da rein. Irgendwann. Ich gehe einen schnelleren Weg. So mache ich es auch immer, wenn ich schnell wohin muss. Ganz sicher. Du gabst nichts, was ich gesagt habe. Ja. Jetzt muss ich mal zeigen, wie du das... Ja, mache ich gleich. Ja, mach. Jetzt. So, rechsel raus. Er hat es nicht geschafft. Mein Hund hat er gespielt. Hast du das gesehen? Kann ich von dir stehen? Von hinten. Ja, geht immer vor. Schau. Wahrscheinlich kannst du nur vom Kahn stehen. Achso. Ja, super. Ich tue schnell raus, aber dann finden sie mich nicht. Assassine, Assassine. Ach, mein Gott. Ich komme zur Leiter gleich rauf. Ja, warum die Leiter nehmen? Gebt bitte, wie weit ist denn der Weg noch? Weiter. Kann ich damit... Ich will es nur wissen. Wo rennst du hin? Nein. Er wollte mal nachlaufen. Bin ich schnell abbogen. Ach, was mit denen? Die Rädererei Wells bietet die besten Preise für transatlantische Transporte. Wells kümmert sich um alle Details, damit ihr unbesorgt euren Geschäften nachgehen könnt. Mhm. Aha. Auch am Klo? Die Geschäfte oder nur die normalen Geschäfte? Hahaha. Nur die großen oder kleinen auch? Ja. Ja. So, jetzt muss ich nachschauen. Weit der Weg noch ist. Na bumm. Das ist schon weit. Tja. Was machst du? Da oben ist was. Ah, da oben ist es, hast du gesehen? Ja. Pfff. Na Mozart. Das ist doch auch traurig nicht? Nee, definitiv nicht. Latsch. Eigentlich wollte ich da reinhupfen. Oder ist was, warte. Ist mir egal. Fast hin. Weil du regenerierst eh von selber. Es tut mir leid wegen uns schliefen, ja gell. Nur diese Hundens-Scheiß-Allergie. Mal schnupfen. Quasi. Okay, das bringt nichts. Komm. Warum soll ich eigentlich da runter? Na, weil es irgendwo nicht mehr weitergeht. Nein, ich hab gesagt. Komm, da war da und da. Ja. Weißt was? Ups. Glaubst du denen seine Füße schon weh? Wir würden es weh tun. Wir würden es weh tun. weg, Adler. Weg, Adler. Weg, Adler. Gewegt. Gewegt. Jetzt überlegst du, da müsste es jetzt du oben stehen, ne? Boah. Würde ich nie. Wie? Und wie? Wie? Was? was ist gehst du schon am walsch? verarsch mich nicht jetzt kannst du besten dich nerven verarschen jetzt würde ich aber schon mal gerne ankommen wenn irgendwie